Mein Name ist Ralf Lenkert. Ich bin 42 Jahre verheiratet und habe zwei Söhne. Als Technologe arbeitete ich in Thüringen, in Tschechien und in China. Dort erkannte ich, nur wer eine gute Ausbildung hat, hat eine Chance auf ein gutes Leben. Unausgebildete Arbeiter müssen froh sein, wenn sie nicht hungern. 2005 kürzte die Thüringer Landesregierung bei unseren Kindergärten, bei unseren Kurden die Mittel. Seitdem kämpfe ich als Initiator und Leiter des Volksbegehrens für eine bessere Familienpolitik für 2000 Erzieherinnen in Thüringen. Kinder brauchen intakte Familien. Familien brauchen gute Löhne und sichere Renten. Gemeinsam mit einer guten Bildung haben unsere Kinder dann die Chance, sich so zu entwickeln, dass wir eine Zukunft in unserer Heimat haben. Deshalb kandidiere ich als Parteiloser für den Bundestag für Die Linke. Deshalb bitte ich um ihre Stimme. Gemeinsam können wir die Zukunft gestalten. Danke.